Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Way of the Hunter. Da sind wir am Start, noch die frühen Morgenstunden. Ich habe meine Taschenlampe angeknickt in den Wäldern von Transsilvanien. Und heute wollen wir uns angucken, wie wir den perfekten Abschuss finden. Das perfekte Abschusstier aus einer Gruppe von Tieren, die ja hier rumrennen. Was für Tier es sich lohnt zu schießen, welche man rausschießen sollte, welche man leben lassen sollte, damit man auf lange Sicht natürlich eine bessere Population bekommt und auch die besseren Trophäen. Und dazu gehen wir jetzt hier die 350 Meter noch bis zum Hossitz. Denn da auf der Wiese sollten wir in den frühen Morgenstunden ein paar Rehe fressen. Und da weiß ich schon mal, dass in der Herde auf jeden Fall ein paar Tiere drin sind, die wir schießen können. Und das ist natürlich ein großer Punkt, dass man auch die Knowledge hat oder das Wissen, woher oder wo die Tiere stehen, die man schießen möchte oder wie die Herden aufgebaut sind, sich das merkt, vielleicht sogar Notizen macht. Denn die ganze Karte ist natürlich riesig und wenn man da jetzt die Gebiete hat, wo die Tiere sich aufhalten, muss man sich trotzdem merken, aha, okay, da stand einer, der hat Potenzial, da stand einer, den kann ich schießen. Dann kann man seine Jagdwissen planen und ein bisschen besser strukturieren. Also wichtig, wichtig auch einfach die Karte zu erkunden, die Tierherden zu entdecken und vor allen Dingen auch zu spotten, um zu gucken, welches Tier man schießen kann. Wichtig dabei ist natürlich zu wissen, dass die kompletten Tiere, die hier auf der Karte vorkommen beziehungsweise die es hier im Spiel gibt, alle Altersstufen durchlaufen. Also es gibt da hier Jungtiere, Erwachsene Tiere und Ausgewachsene Tiere. Immer noch auf Englisch halt angezeigt. Also Young, Adult und Mature, die wir da haben. Mature natürlich das Älteste. Und da wissen wir, potenziell sollte man die Jungtiere natürlich stehen lassen. Weil bei den Jungtieren kann man auch gar nicht so viel sagen. Ein bisschen am Erscheinungsbild, aber sehr, sehr schwer zu erkennen. Gerade weil das Fernglas noch nicht so stark ist, dass man da viel Aussagen drüber treffen könnte. Aber letztendlich, Jungtiere erstmal immer stehen lassen. Die werden halt gefühlt nie mehr als ein oder zwei Sterne haben. Wenn ein Jungtier schon zwei Sterne hat, dann weiß man schon, okay, der hat doch viel Potenzial. Weil der richtig, richtig gut schon für ein Jungtier ist. Aber auch die einen Sterne Jungtiere können teilweise gut sein, dass wir Jungtiere unbedingt immer, immer stehen lassen. Und wir gehen jetzt erstmal an die 160 Meter. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht ein paar Rehe finden. Und wir sind fast am Motiv angekommen und hören schon die ersten Rehe rufen. Also das ist halt diese Map-Knowledge, die man dafür auch braucht. Dass man sagt, okay, ich weiß, wo die zum Beispiel, auf welcher Wiese die fressen. Ähm, ist immer sehr gut. Da kann man sich mit den Herden auf jeden Fall merken und hat die dann immer am Start. Also hören tun wir ihn schon mal. Wir werden jetzt hier auf den Hofstil mal drauf gehen. Gucken, dass ich da hoffentlich hinkomme. Schon, nicht, dass sie mich hier schon vorher sehen. Aber da vorne sehen wir zum Beispiel ein Fressen. Auch noch 119 Meter entfernt. Ich weiß gar nicht, ob wir auf den Hofstil drauf kommen. Unten sehen wir auch einen. Und da zum Beispiel sehen wir ein Reh-Bock. Mature, der ist also ausgewachsen, älter wird er nicht mehr. Und hat zwei Sterne. Eigentlich ein guter Abschlussbock. Und ich kann euch sagen, der hat vorher einen Stern gehabt. Also der, in dieser Herde hier waren drei, ähm, Böcke, die ausgewachsen sind und einen Stern hatten. Alles drei gute Abschlussböcke. Denn die können auch tatsächlich ein bisschen älter werden, auch wenn die schon ausgewachsen sind. Aber viel älter dann eben auch nicht mehr. Und wenn die halt nur ein oder zwei Sterne haben, vielleicht auch drei Sterne und schon ausgewachsen sind, dann lohnt es sich auf jeden Fall, die abzuschießen. Weil die werden keine gute, äh, Genetik haben. Kein gutes Fitnesslevel. Und dementsprechend kann man die auf jeden Fall ganz gut rausnehmen. Also der hier auf jeden Fall definitiv ein Abschlussbock, den wir da haben. Ähm, hier, die Rücke ist schon alarmiert. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, auch erst alarmiert, weil wir jetzt hier draufgegangen sind. Aber wir werden den jetzt einfach mal schießen, denn die anderen sind wahrscheinlich unten im Wald. Und die sehen wir jetzt nämlich nicht. Also werden wir gucken, dass wir auf den vielleicht draufkommen, bevor der da unten in den Wald reinzieht. 150 Meter. Wenn er stehen bleibt, wäre das hier ein guter Bock für den Abschluss. Tatsächlich werden aber hier, er hat es uns wieder am Fressen, deshalb bleiben wir mal gerade hier noch in der Erwartungshalte. Denn da unten ist auch einer am Fressen. Da sehen wir schon auch einen Bock. Und da sind wir jetzt zum Beispiel mit Schuhen nur einstellen. Also das ist der jetzt sicherlich mein erstes, meine erste Wahl, wenn er nicht in den Busch hier ziehen würde. Ja, er zieht natürlich unten rein, ne. Ja, da bin ich befürchtet. Nein, das machen die manchmal. Aber er auf jeden Fall guter, guter Abschlussbock. Und so muss man natürlich dann hier schon auf jeden Fall immer ein bisschen abwarten und mal gucken. Na, ich bin hier in dem Holzrahmen. Ähm, ob die Herden vielleicht noch irgendwo anders irgendwelche Böcke beistehen haben, die man besser schießen kann. Auf jeden Fall beobachten. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall immer die ausgewachsenen Tiere erstmal priorisieren. Sei es letztendlich die Ricken oder aber die Böcke, die wir schießen können. Da sehen wir es auch alle jetzt, ne. Da hinten sind es alle am Fressen. Da können wir sie da mal durchspotten. Haben die jetzt leider ein bisschen gedreht. Insofern ein bisschen schwieriger zu sehen. Ähm, und bei vielen Tieren ist zum Beispiel auch die Enzyklopädie. Gerade wenn man auch dann die Ricken schießen möchte. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Herde hat, wo man sieht, okay, ich hab nur jungen Tiere drin von dem männlichen. Oder aber, ähm, ich hab nur Tiere mit Potenzial. Heißt, wenn wir zum Beispiel auch einen Adulten haben, der, sagen wir mal, schon drei Sterne hat oder so. Dann den auf jeden Fall leben lassen, weil der wird ja noch älter. Heißt, der wird da mindestens vier Sterne haben, wenn nicht sogar noch zu fünf heranwachsen können. Ähm, und das natürlich dann schießen. Ähm, bloß nicht schießen. Und dann ist es halt manchmal ratsam, so ein weibliches Tier zu schießen. Und da steht es manchmal bei den, äh, in der Enzyklopädie hier dabei. Ähm, hier steht es, dass mit zunehmendem Alter ein bisschen kräftiger, Rumpf wird stärker, Fell wird struppig. Also, wenn die wirklich schon so ein, so ein struppiges Fell haben, dann sind die wirklich auch schon alt. Und dann kann man die auch durchaus schießen. Da sind wir jetzt den männlichen, den wir gerade gesehen haben, mit den zwei Sternen. Er hier ist auch männlicher und er hier ist, glaube ich, auch männlicher, richtig? Genau, wir sehen hier zwei Böcke, die zum Abschluss auf jeden Fall geeignet werden. Ähm, er ist ein bisschen stärker, heißt, den stärksten lassen wir natürlich in der Herde stehen. Der Zwei-Sterne-Bock auf jeden Fall nicht. Und hier sehen wir dann die weiblichen, sind ebenfalls alle ausgewachsen, wenn ich es richtig sehe. Und da nichts für den Abschluss dabei. Da könnten wir uns jetzt rein theoretisch einen rauspicken. Das ist natürlich immer bei den weiblichen, die dann richtig anzusprechen, ist einfach so viel Übungssache auch. Also da jetzt zu gucken, welcher davon am stupigsten ist, keine Ahnung, das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber, ja, wir gucken uns jetzt hier mal den Bock aus und dann werden wir bestimmt nachher das Fitnesslevel sehen. Also da oben auf jeden Fall Potenzial, den wir schießen können und der hier unten, glaube ich, denn das hier war der Zweier, ne? Genau, das war der Zweier. Also gucken wir jetzt, dass wir den noch ordentlich treffen, was auf dem Hochstest, ehrlich gesagt, gar nicht so leid ist, weil das auf dem Hochstest ein bisschen wackelt. Und vor allem müssen die sich halt erstmal ein bisschen breiter stellen in so einen Spitzerschuss. Da könnten wir sogar in den Rücken schießen, wenn es das sein. Würde ich eigentlich ungern machen jetzt hier, den Schuss so zu platzieren. Aber ich weiß nicht, ob wir die ranbekommen, denn callen können wir die leider nicht. Wir sehen auch, dass er ein bisschen kräftigere Geweihstangen hat, ne? Der rechte, mit ein bisschen hingucken, sieht man es, wenn die jetzt so direkt nebeneinander stehen. Aber schon sehr schwer zu erkennen, weil auf die Vergrößerung nicht die vorne ist. Also Abschluss auf jeden Fall in meiner Reihenfolge. Zuerst mal gucken, ob da wirklich ausgewachsene Tiere sind, so wie die drei. Gucken dann, ob die oder die mit der geringsten Sternzahl schießen, wenn sie denn nicht schon auf vier ist. Ich glaube, selbst Dreier könnte man da bedenken, nur schießen, weil die werden, wenn die schon ausgewachsen sind, von drei nicht mehr auf fünf gehen. Die gehen vielleicht auf vier, aber auf fünf werden sie nicht gehen. Und entsprechend kann man die dann auch ganz gut erlegen, wenn man es denn möchte. Und genau, wenn da keiner dabei ist, dann im besten Fall ein weibliches Tier schießen. Ich würde fast nicht mal die Adulten schießen, außer ich würde wirklich einen Adulten, der dann auch so einen Stern hat. Maximal zwei Sterne, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Zwei Sterne kann natürlich auch schon ein bisschen Potenzial beinhalten, aber eigentlich auch noch ein sicherer Abschluss, den man da Tätigen an. Und ja, junge Tiere auf jeden Fall gar nicht schießen, weil über die kann man nicht viel aussagen, ein bisschen über die Körperstruktur. Aber wenn die noch jung sind, auch da super, super schwer und eigentlich nicht machbar, irgendwas zu sagen. Ihr müsst jetzt wahrscheinlich echt hier mit ihnen hier einfach schießen. Und dann in die, einfach schräg in die Lunge. Ich hoffe, dass wir die einfache Lunge treffen. Weil die sich halt nicht drehen werden. Das Problem ist, ich habe den Caller noch nicht. Oder noch nicht auf dem Level, wo ich die Böcke rufen kann. Denn auch das ist natürlich hilfreich. Wenn man den Caller hat, dann gibt es da für viele Caller verschiedene Stufen. Und beim Rehcaller zum Beispiel ist es so, dass man mit der zweiten Stufe die schwachen Tiere anlocken kann. Genauso wie beim Rottisch-Caller. Wenn wir uns den Rottisch-Caller angucken, ist das eine sehr große Hilfe. Da steht nämlich hier, ruft Männchen in schlechter Verfassung. Also Caller, mit Caller kann man auch sehr gut selektieren. Wenn man zum Beispiel dann wirklich eine Herd hat, wo man nur Jungtiere hat, dann definitiv die Caller benutzen, wenn man sie schon freigeschaltet hat. Freischalten könnt ihr die, indem ihr die levelt. Hier unten sehen wir es. Für die zweite Stufe müssen wir zehn Tiere erlegen, die dann mit dem Caller angelockt wurden. Sprich, wir können jetzt hier Ricken anlocken, könnten noch vier Ricken schießen, hätten das freigeschaltet. Beim Hirsch, wie gesagt, können wir die schlechten Männchen anlocken. Und dann hätten wir Stufe zwei freigeschaltet. Was dann beim Reh dazu führen würde, dass wir den Caller freischalten würden, oder den Ruf freischalten würden, der die Männchen oder die Böcke in schlechter Verfassung anlockt. Und das wäre dann richtig gut zum Selektieren. Und dann würden wir wahrscheinlich sehen, dass alle drei sogar in dem Moment zu mir kommen. Hier unten im Buschfrau gerade noch irgendwo einer. Den sehe ich, aber nicht. Den habe ich noch einmal gehört. Also gerade habe ich mich aufgepasst, ob es das Männchen oder nicht. Oder ob es eine Ricke war. I don't know. Aber ich würde sagen, wir schießen jetzt einfach da. Einen Bock versuchen, ihn zu schießen und zu treffen. Ob das passt? Natürlich beim breiten Schuss, aber können wir nicht immer haben. Also Caller auf jeden Fall auch zunutze machen. Definitiv eine gute Option. Also sind beide Böcke da nebeneinander. Achso, das ist sogar der vierte Bock. Guck mal, der vierte Bock ist gerade rausgezogen aus dem Busch unten. Dann gucken wir uns den auch mal eben an. Denn eigentlich waren ich nur drei. Und da sind wir auch mit Schur zwei. Genauso wie der. Also auch schon ein ausgewachsener. Den habe ich eigentlich noch nie gesehen. Ich habe immer nur drei hier gesehen. Und da sind wir halt dann die bei eins. Okay, also der linke hier unten, der ist unser Abschussbock. Ob wir da gut reinkommen, ey. Hat auf jeden Fall Lungentreffer, würde ich sagen. Wir sehen da die Schweißpferde. Und da hinten zieht er lang im Busch. Und den werden wir uns jetzt holen. Denn der soll, wie gesagt, keine allzu gute Fitness aufweisen. Ein Stern nur. Und schon ausgewachsen. Hier wollen wir mal gucken, was wir da getroffen haben. Ist auf jeden Fall nach Pinkham schweißt aus. Und damit nach der Lunge. Also der Schuss war ganz gut. Auch wenn er jetzt nicht breit war. Lunge sollten wir aber auf jeden Fall getroffen haben. Die Flüchtlingsstanz könnte aber hier tatsächlich auch wieder länger werden. Denn wenn wir von hinten in den Rücken so schräg reinschießen, dann geht das hier viel von der Aufpilzung schon im Fleisch verloren. Und eben nicht in der Lunge, wo wir es eigentlich haben wollen würden. Deshalb müssen wir da jetzt mal gucken, ob wir den finden. Ich muss sagen, ich bin sogar teilweise leichter. die Schweißpferde zu finden, wenn dieses Jagdspür ausgeschaltet ist. Denn hier sehen wir es. Rosa, mittlere Menge Blut. Das ist gut. Der wird nicht so schnell, nicht so weit laufen. Aber hier, man sieht es teilweise echt leichter ohne das Jagdspür. Weil einfach die Farbe, gerade wenn man halt wirklich die Lunge getroffen hat, dieses Rosa sich ganz gut abhebt. Und man dann der Spur eigentlich ganz gut folgen kann, weil man nicht immer auf dieses Blinken warten muss. Jetzt sieht man natürlich hier, wenn es leuchtet, ist es okay. Aber sonst ist es halt immer so ein bisschen ausgegraut, so ein bisschen verblasst. Und dann ist es ein bisschen schwieriger, die Schweißpferden hier zu sehen, wenn sie nicht gerade immer gut ersichtlich sind. Aber hier sehen wir, guter ist Verfolgen auf jeden Fall hier möglich. Also ich bin drüber gelaufen, weil es hier auf dem Gras lag. Und dann sehen wir unseren Bock, den wir abgeschossen haben. Wir sind hier jetzt schon am Geweih eigentlich, dass nur ein Viehänder ist. Für einen Rehbock natürlich richtig klein im ausgewachsenen Alter. Wir sehen hier den Schuss. Den wir da haben. Einmal rein hier am Herz vorbeigeschossen. Aber trotzdem, sogar Durchschlag noch, oder? Haben wir komplett durchgeschossen. Ja, vorne noch so leicht ausgetreten. Noch ein bisschen die Hauptschlagader getroffen. Aber linke Lunge hauptsächlich. War sogar gut drin eigentlich in der linken Lunge. Also der Winkel war zwar spitz, aber viel von der Wirkung in der Lunge drin. Und jetzt gucken wir mal hier. Und dann sehen wir hier, männlich 10% Fitnesswert. Das ist natürlich genau das, was wir haben wollen. Perfekter Abschussbock. Ausgewachsen, 10%. Besser geht es eigentlich nicht. Und der ist auf jeden Fall schon raus aus der Herde. Jetzt müssten wir natürlich noch den anderen Einser schießen. Die beiden Zweier vielleicht erstmal stehen lassen. Und dann wird nach und nach, oder ein, zwei vielleicht auch noch schießen. Und dann hätten wir irgendwann hier eine bisschen bessere Population in dem Bock. Oder in der Herde. Und könnten da jährlich ganz gute Fitness steigern in dem Bezug. Auch da unten hören wir wieder eine männliches Reh rufen. Wir sehen es noch nicht, weil wir noch hier an so einem Hang sind. Ich hoffe, dass wir es gleich sehen können. Hier unten auf den Wiesen sind ja auch häufig welche am Fressen. Auch Rot hier stammen hier. Mal gucken, ob wir da irgendwas sehen können. Leider ist hier so eine Senke drin. Die macht es manchmal ein bisschen komplizierter. Aber ich hoffe, dass wir das vielleicht finden können. Da unten sehe ich aber schon irgendwas stehen hinter dem Baum, oder? Ist das ein Tier hinter dem Busch da? Oder auf der Wiese? Oder ist das kein Tier? Nee, ist kein Tier, ne? Aber hier unten. Da stehen sie zum Beispiel. Und da sehen wir uns auch wieder mit Schuhe männlich. Und da ist zum Beispiel ein Junge. Da ist zum Beispiel ein Bock, ein Stern. Über den können wir gar nichts sagen. Großartig. Da können wir schießen. Aber wir würden richtig, richtig struggeln, um den richtigen Abschluss hinzubekommen. Da sind wir ein weibliches Dreh. Genauso wie da. Und hier finde ich jetzt sieht man ganz gut, dass das hier viel dunkler ist. Und das ist da ein bisschen heller. Können wir auch daran sehen, dass das im Schatten ist. Wir sehen es aber gleich. Wenn es weiter nach vorne zieht. Das ist aber sehr hell, ne? Aber ich glaube, das liegt an der Sonneneinstrahlung. Um ehrlich zu sein. Ja, ja. Das wird jetzt auch hier verfärbt. Da muss man auch drauf aufpassen, dass der Schatten da passt, ne? Oder hinhaut. So, und wir gucken jetzt mal. Da ziehen noch ein paar nach. Aber so kann man sich hier auf jeden Fall immer die ganze Herde angucken. Wir wissen jetzt... Den Jungen lassen wir auf jeden Fall stehen. Wir können einen von den zweier männlichen schießen. Und das machen wir mal eben. Bevor die jetzt hier noch großartig weiterziehen. Ja, dann sind sie schon, ne? Da war natürlich jetzt hier ein bisschen schwierig. Ja, er ist der Junge, ne? Er ist der Junge. Bisschen heller. Und zwar gucken, ob wir hier nochmal in Anblick kommen. Und einen von den beiden managen zu können. Natürlich immer ein bisschen auch Geduldssache dann wirklich zu warten. Wir hätten jetzt natürlich direkt den ersten Männlichen schießen können. Aber vielleicht wäre ein besserer Abschluss Bock bei gewesen mit einem Stern wieder. Wir haben aber jetzt hier gesehen, dass wir hier nur einen Jungen haben mit einem Stern. Und zwei Ausgewachsenen mit zwei Sternen. Hinten zieht keiner mehr nach. Insofern können wir jetzt hier gucken, dass wir sie vielleicht nochmal reinbekommen. Und ich wüsste, wo die hingezogen sind. Die sind jetzt hinter die Senker da hinten. Na, da unten ist was. Aber das ist der Junge wieder, ne? Ah, ne, guck mal, das ist sogar einer von denen, die wir schießen können. 80 Meter. Der, der vorne wegzieht. Guter Bock für den Abschluss. Aber da sehen wir schon, der hat sechs Enden, ne? Der sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus, um ehrlich zu sein. Hinten zieht aber der Junge. Deshalb schießen wir den mal und gucken mal, was der ist. Aber vom Geweih haben wir schon gesehen, dass bei dem natürlich auch richtig ein Unterschied ist. Da sehen wir ihn laufen. Ich glaube, das ist der, den wir gerade geschossen haben. Zu dem vorigen. Also der auf jeden Fall schon viel, viel besser. Wir hätten uns jetzt eigentlich den anderen nochmal angucken müssen, wie der ist. Der wird nämlich hier schon relativ gutes Potenzial haben. Aber jetzt auch nicht allzu groß. Denn er hat, wie gesagt, nur zwei Berne. Und er setzt sich jetzt da hin. Und das finde ich auch ganz cool. Jetzt sieht man hier nochmal dieses Verhalten, was die auch häufig machen. Dass sie sich wirklich irgendwo hinsetzen. Jetzt können wir nochmal renntwäschend einen Fangschuss geben. Oder warten, bis der da verblutet. Denn manchmal ist es wirklich auch ratsam, nach dem Schuss, gerade wenn die abziehen, nicht unbedingt mal sofort dahin zu rennen. Weil die sich einfach auch hinsetzen. Und wenn ich jetzt da hingehen würde, würde ich den wieder verschrecken. Und er würde noch weiterlaufen. Und deshalb könnte man dem jetzt hier nochmal einen mitgeben. Und dann liegt er da und dann haben wir ihn. Oder wir warten einfach, bis er letztendlich verblutet ist. Aber da hat sich es gerade angeboten, dass der da lag. Gucken wir uns den auch an. Wie gesagt, vom Geweih haben wir schon gesehen, sechs Enten. Viel, viel besser veranlagt, als der, den wir gerade geschossen haben. Allerdings auch nur zwei Sterne. Und eine größere Sterne. Wir gucken uns den mal an, was er hat. Da sehen wir es. Oh, da ist eigentlich echt ein gutes Gehören. Schauen wir uns hier mal an den guten. Da haben wir einen glatten Durchschuss hier durch beide Lungen getroffen. Zweiter Schuss dann auch nochmal in die Lunge rein. Und wir sehen hier 68%. Das ist nämlich genau das, dass der schon ein bisschen besser ist. Haben wir am Geweih ganz gut erkannt von ihm, weil die auch richtig dick ist, die Stange hier. Aber 68% ist auch absolut okay. Für einen Abschuss, ich würde sagen, so 65%, 80% sind natürlich die, die man haben möchte. 68% schon, ja, schon hart an der Grenze. Wie gesagt, der andere Bock wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, wenn wir uns den nochmal angeguckt hätten. Aber ich wollte jetzt nicht für den Video-Zweck hier nochmal warten, bis wir den nochmal hinter der Kante sehen irgendwo. Weil dahinter so eine echte Gesenke war. Deshalb habe ich mir den jetzt hier rausgenommen. Auch hier sind wir 28 Kilo auch schon. Gutes Gewicht für so einen Bock, ne? Gutes Gewicht. Aber, ja, genau. Also der wäre jetzt auch nicht mehr so viel größer geworden. Wie gesagt, der hätte vielleicht sogar noch Polizeigamkeit mit 68%. Ich weiß nicht, wo genau die Limits sind, dass sie hier die nötigen Sterne haben. Aber da hätten wir vielleicht noch wachsen können auf drei Sterne, um ehrlich zu sein, mit 68%. Insofern hätte man den sicherlich stehen lassen können und vielleicht den anderen schießen können. Aber auf keinen Fall den jungen Bock, sondern hätten dann vielleicht gucken müssen, dass wir tatsächlich ne Ricke schießen. Wenn die beiden anderen Böcke hier, die beiden ausgewachsenen Böcke, kein Potenzial zum Abschluss gegeben hätten. Wenn andere jetzt auch ein relativ gutes Gehören gehabt hätten, hätten wir auch durchaus ne Ricke schießen können. Das, der Plan. Also, Reihenfolge immer. Erst die ausgewachsenen Tiere schießen. Gucken, welches davon die wenigsten Sterne hat. Ein, zwei Sterne Tiere kann man eigentlich als ausgewachsenen Tiere immer safe schießen. Wir haben jetzt auch gut die Spannout hier gesehen, die man da trotzdem noch erreichen kann. Nämlich 10% beim ersten. Deutlicher Unterschied zu dem beim zweiten mit 68%. Aber beides Böcke, die man abschießen kann. Man muss jetzt selber ein bisschen Limit setzen, klar. Aber ich denke, mit ein, zwei Sternen im ausgewachsenen Alter macht man nie was verkehrt. Und dann, ja, Erwachsenesalter würde ich verstehen lassen. Also, die adulten Tiere würde ich ehrlich gesagt verstehen lassen. Und nur die ausgewachsenen schießen. Wenn man unbedingt will, kann man auch sicherlich einen ausgewachsenen schießen. Aber dann wirklich auch nur mit einem Stern. Selbst da würde ich schon die zwei Sterne auf jeden Fall stehen lassen. Und als dritten Abschluss dann ein ausgewachsenes Weibchen. Das, was irgendwie so einen alten Eindruck macht. Und kein gutes Pittenslevel mehr haben sollte. Und das hier reinfolge der Abschüsse. Und dann heißt es halt wirklich nur, die Herden im Auge behalten. Und wissen, wo man welche Tiere hat. Um da wirklich ein gutes Management an den Tag zu legen. Und natürlich Caller nutzen. Die verschiedenen Callstufen. Um halt auch dann nochmal rauszufiltern. Weil der zum Beispiel der 68er jetzt hier. Der wäre wahrscheinlich gar nicht gekommen mit dem Call. Ich weiß nicht, wo da das Limit gesetzt wird. Aber der hätte wahrscheinlich auf den Call, um die Schlechtmännchen auszufiltern. Gar nicht so krass reagiert. Vielleicht aber doch. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich würden das so auf 50% sein oder so. Ich bin mir nicht sicher. Habe ihn noch nicht ausgetestet. So ausgiebig. Aber ich weiß nicht, wie das bei Rot hier stimmt. Wie ganz gut klappt. Und mit den Tipps und Tricks solltet ihr hoffentlich die richtigen Abschüsstiere finden. Um dann natürlich auch die 5-Sterne Trophäen irgendwann auf der Karte zu haben. Und die schießen zu können. Und da dann ordentlichen Bestand zu haben. Das ist das gewissenste Fall gewesen vom Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es geholfen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.